Das Berechnen der vorhergesagten y-Dach-Werte ist zuweilen etwas mühselig und war es noch viel mehr, als es noch keine Computer gab, die uns diese Arbeit abgenommen haben. Deshalb hat man nach Wegen gesucht, diese Korrelation zwischen y und y-Dach auf einfachere Weise zu berechnen. Man ist dazu hergegangen und hat in die Formel für die Pearson'sche Produktmomentkorrelation statt der x-Variable unsere Kriteriumsvariable y eingesetzt und statt der y-Variable unsere Vorhersagegleichung für die multiple Regression. Wir wollen uns die Idee, die hinter dieser Einsetzung steckt, kurz anschauen. Die Formel für die Pearson'sche Produktmomentkorrelation lautet r gleich die Summe aus x-x² mal y-y² geteilt durch die Standardabweichung der Variablen x multipliziert mit der Standardabweichung der Variablen y. Dieser Term hier oben ist die Kovarianz zwischen x und y. Die Idee der Einsetzung der beobachteten und vorhergesagten Kriteriumsvariablen in diese Gleichung ist nun relativ einfach. Überall dort, wo hier in dieser Gleichung ein x steht, wird der vorhergesagte Kriteriumswert y eingesetzt. Aus jeder Variable x in dieser Gleichung wird unsere beobachtete Kriteriumsvariable y. Überall dort, wo hier in der Gleichung die Variable y auftaucht, ersetzen wir unsere multiple Regressionsvorhersagegleichung. Also aus dem y in dieser Gleichung wird unsere komplette multiple Regressionsgleichung. b0 plus b1 mal x1 plus und so weiter und so fort. Weil das mathematisch etwas einfacher wird, wendet man hier nun denselben Trick an, den wir bereits bei der Vektoralgebraischen Lösung der multiple Regressionsgleichung angewendet haben, nämlich statt der Rohdaten die standardisierten Daten und damit auch statt der ursprünglichen multiple Regressionsgleichung die standardisierte Regressionsgleichung einzusetzen. Die entstehende relativ komplexe Gleichung kann man dann umformen, man kann ausmultiplizieren und kommt zu einem sehr einfachen mathematischen Zusammenhang, mit der diese Korrelation hier berechnet werden kann. Diesen Zusammenhang schauen wir uns kurz an. Zunächst wie immer eine Begriffsdefinition. Die Korrelation zwischen y und ydach, also zwischen den beobachteten und den vorhergesagten Kriteriumswerten, heißt nicht einfach nur Korrelation, sondern wir nennen sie den multiplen Korrelationskoeffizienten r. Man liest nun oft in Textbüchern, dass dieser multiple Korrelationskoeffizient r die Korrelation zwischen dem Kriterium y und allen Prädiktoren x repräsentiert. Das ist prinzipiell richtig. Viel einfacher zu verstehen ist aber, glaube ich, die Idee, dass der multiple Korrelationskoeffizient nichts anderes ist, als die Korrelation zwischen den beobachteten Kriteriumswerten und den vorhergesagten Kriteriumswerten. Je höher diese Korrelation, desto besser passen beobachtete und vorhergesagte Kriteriumswerte zusammen. Die multiple Korrelation r berücksichtigt nicht nur die einzelnen Korrelationen zwischen den Prädiktoren und dem Kriterium, sondern auch Korrelationen innerhalb der Prädiktoren. Deshalb ist der multiple Korrelationskoeffizient r nicht einfach die Summe aller Kriteriumskorrelationen der Prädiktoren mit dem Kriterium, sondern es ergibt sich in aller Regel eine andere Zahl. Und jetzt kommen wir endlich zu der vereinfachten Gleichung zur Berechnung des multiplen Korrelationskoeffizienten r, die sich ergibt, wenn wir die vorhin beschriebene Einsetzung der standardisierten multiplen Regressionsgleichung in die Formel für Pearsons Produktmomentkorrelation vornehmen. Nach allerlei mathematischen Umformungen und Vereinfachungen ergibt sich nämlich exakt diese Formel. Der multiple Korrelationskoeffizient r ist also nichts anderes als die Wurzel aus einer Summe, und zwar aus der Summe der Produkte zwischen den Beta-Gewichten eines Prädiktors und seiner Kriteriumskorrelation. Schauen wir uns das für das Datenbeispiel an. Dies ist der multiple Korrelationskoeffizient und er wurde berechnet als Wurzel aus einer Summe. Das hier wäre dieser Term für unseren Prädiktor x1, also für das Alter. Wir multiplizieren hier das Beta-Gewicht dieses Prädiktors, das in Zelle D48 angegeben ist, mit seiner Kriteriumskorrelation. Für den zweiten Prädiktor, Attraktivität, tun wir das Gleiche. Wir multiplizieren sein Beta-Gewicht mit seiner Kriteriumskorrelation. Und obwohl diese Formel nun völlig anders aussieht, als die einfache Pearson-Produkt-Moment-Korrelation zwischen den beobachteten Kriteriumswerten y und den vorhergesagten Kriteriumswerten y-Dach, sind beide Werte exakt identisch, denn beide Formeln gehen mathematisch notwendigerweise auseinander hervor. Wie wir also den multiplen Korrelationskoeffizienten berechnen, entweder als Korrelation zwischen den y und den y-Dachwerten oder über die vereinfachte Formel für den multiplen Korrelationskoeffizienten, spielt überhaupt gar keine Rolle.